Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gibt's einen weiteren Part von den enttäuschendsten Entwicklungen in ganz Pokémon. Beim letzten Part habt ihr mir wirklich extrem viele Vorschläge geschrieben. Und ich muss wirklich sagen, meine Güte, an wie viele Pokémon hab ich denn bitteschön nicht gedacht? Ich hab beim letzten Mal nämlich schon gedacht, dass die Entwicklungen dort eigentlich echt nicht gut sind. Aber meine Güte, Pokémon hat ein paar richtig beschissene Entwicklungen, oder? Aber falls ihr generell Lust auf fast täglich neue Videos habt, egal ob es nur ein Pokémon, Yu-Gi-Oh!, Digimon oder sonst was ist, lasst gerne ein Lego noch ein Abo da und dann würdet ihr auch in Zukunft nichts mehr verpassen. Als allererstes hätten wir aber die Entwicklung von Voldy zu Belectro. Und der Kommentar dazu hat es eigentlich auch schon perfekt zusammengefasst. Weil du guckst dir Voldy an und denkst dir, ey, das ist ein voll süßes Hundepokémon. Vielleicht wird es am Ende zu was richtig, richtig coolem, wie sowas wie Arcani oder ähnlichen. Aber am Ende hast du eigentlich nur einen gelben Hund. Und ich meine, wir haben ja zum Beispiel auch schon Voltenzo, aber dieses Pokémon, das sieht eher aus, quasi wie ein richtiges Elektro-Pokémon, okay? Hat sich das ganze Blitz-Design und so weiter. Aber Belectro ist halt einfach nur ein gelber Hund. Man sagt, ey, der ist jetzt Typ Elektro. Das ist ja maximal langweilig, jetzt was viel, viel Cooleres draus machen können. Wie gesagt, sowas wie Arcani wäre eigentlich perfekt gewesen. Er muss nicht unbedingt, wie gesagt, so ein Riesenhund sein wie Arcani, klar, das ist halt das Coole an dem. Aber selbst wenn es ein kleinerer Hund ist, man hat an Voltenzo gesehen, dass das funktioniert. Aber Belectro hat eigentlich überhaupt nichts Interessantes an sich. Wirkliches Design ist komplett abgemagert. Voldy hatte wie gesagt noch das Fell und so weiter, was es interessant gemacht hat. Aber Belectro ist, wie bereits erwähnt, einfach ein gelber Hund. Das reicht nicht, um zu sagen, ey, das ist jetzt Typ Elektro. Wenn es rot wäre, ist das einfach ein Feuer-Pokémon. Das ist wirklich extrem langweilig, kann verstehen. Ja, das ist eine ziemlich enttäuschende Entwicklung, wenn man ehrlich ist. Als nächstes kämen wir dann zu einem Pokémon, das enttäuscht mich wirklich immer wieder, wenn ich drüber nachdenke. Und zwar wäre das einmal die gesamte Igamaru-Reihe. Ihr müsst wissen, Igamaru ist für mich so der beste Starter aus der sechsten Generation, wenn wir uns einfach nur die erste Stufe ansehen. Ich habe den gesehen, habe mir gedacht, oh mein Gott, der sieht voll geil aus. Ich fand den übelst cute, okay. Und ich wollte den unbedingt in mein Team nehmen. Und als er ganz so igastanisch wurde, ist das so ein hässlicher Football geworden. Also, das sieht absolut beschissen aus. Und ehrlich gesagt, also, Brigaron ist besser. Also, wir können uns darauf einigen, denke ich, Brigaron ist ein besseres Pokémon. Aber, ich weiß auch nicht, Brigaron selber hat mich leider auch nicht so ganz überzeugt. Also, ich finde ihn auf jeden Fall besser. Ich würde ihm wahrscheinlich so, keine Ahnung, so ein Beti oder sowas geben. Aber ich finde halt Igamaru wesentlich cooler. Also, an sich, Brigaron ist okay. Aber die Gastanisch, wirklich den, den finde ich wirklich, wirklich furchtbar. Dieses typische, naja, Mittelstarter-Pokémon-Syndrom, wo einfach super viele von denen einfach scheiße sind. Das ist einfach wirklich, wirklich furchtbar. Wie gesagt, Brigaron selber ist aber auch nicht so geil. Ich weiß natürlich, das ganze Thema, was die haben. Halt, dass Fenexes Zauberer sein soll. Dann haben wir Kwayutsu so als Ninja. Und dann hast du halt Brigaron als Tank. Also, ein RPG-Thema. Und ich verstehe das. Aber selber muss ich einfach sagen, mir hat es nicht so gut gefallen. Und wie gesagt, Igastanisch ist eindeutig schlimmer als Brigaron. Also, ich denke, da können wir uns auf jeden Fall drauf einigen. Igastanisch ist furchtbar. Aber Brigaron ist jetzt auch nicht so der Hammer, oder? Aber machen wir doch am besten einmal direkt weiter mit einem Starter. Und zwar muss ich echt sagen, ich habe gerade erwähnt, Mittelstarter-Pokémon sitzt im Großteil, naja, eigentlich echt furchtbar. Aber hin und wieder liefert Pokémon wirklich maximal ab, ne? Und ich sage euch ganz ehrlich, Mitsunda ist für mich eines der absolut besten Mittelstarter-Pokémon aller Zeiten. Ich finde das wirklich absolut genial. Und wieso zur Hölle wird Mitsunda dann zu verdammt nochmal Fuegro wirklich? Ich hasse dieses Pokémon. Ich sage euch ganz ehrlich, inzwischen feiern sehr viele Leute Fuegro. Und ich würde behaupten, das liegt einfach daran, weil es ein wirklich verdammt gutes Pokémon ist. Im VGC ist es wirklich extrem gut. Und auch im Singles kann man es eigentlich ganz okay nutzen. Zumindest früher, ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist. Aber die Sache ist halt die, ich finde das einfach scheiße. Alles an diesen Pokémon finde ich einfach maximal furchtbar. Alles an diesen Pokémon zeigt für mich, meine Güte, die haben echt keine Ahnung mehr, was sie in den neuen Pokémon machen wollen. Ich habe beim letzten Mal schon erwähnt, warum muss alles auf zwei Beine kommen? Vor allem, du guckst die Mitsunda an. Ich dachte halt wirklich die ganze Zeit, das wird so eine maximal richtig geile Säbelzahntüger. Halt so ein bisschen wie Raiko und ehrlich gesagt auch von Typ Elektro. Gut, ich gebe zu, das ist so meine eigene Schuld gewesen. Ich habe Mitsunda damals gesehen und habe mir gedacht, hey, das ist Mitsunda. Vielleicht kommt das von Mieze und Thunder. Aber es kommt von Mieze und Zunda. Und ich denke mir so, okay, das ist ja echt absolut einfallslos. Und ich dachte halt so, ey, Mieze, Thunder, jetzt haben wir doch bestimmt einen richtig geilen Säbelzahntüger. Warum nicht? Es wäre so viel interessanter. Warum muss der auf zwei Beinen kommen? Ich weiß, inzwischen sind die Lager wirklich extrem krass gespalten, weil Fuigo ist ein gutes Pokémon, deswegen mögen es viele. Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich finde das absolut furchtbar. Es ist für mich eines der absolut beschissensten Pokémon aller Zeiten. Absolut F-Tier hat dieses Pokémon für mich maximal komplett ruiniert. Vor allem für die Mitsunda, wirklich ein absolutes S-Tier-Pokémon ist. Ich hasse es. Ich hasse es wirklich. Dann kämen wir einmal zu einem Pokémon, wo ich zu 100% nachvollziehen kann, warum die Leute so enttäuscht davon sind. Ich bin es tatsächlich nicht, aber ich möchte auch gleich erklären, warum. Und zwar wäre es einmal die Entwicklung von Dummiesel zu Dummimiesel. Und ich meine, ich kann es verstehen, das Design. Also sorry, aber wer hat sich denn dieses absolut bescheuerte Design ausgedacht? Du hast Dummiesel und gibst ihm irgendwie ein oder zwei von diesen, keine Ahnung, dicken Teilen mehr. Es kommt auch an, welche Form du halt hast. Und ich hätte mir so, okay, was zur Hölle soll das? Also das ist ja wirklich absolut langweilig. Der Grund, warum ich nicht enttäuscht von dieser Entwicklung bin, ist, weil ich Dummiesel nicht mag. Also dieses Pokémon ist mir wirklich maximal egal. Ich finde es nicht cool. Ich mag es nicht. Ich finde es dumm. Ich finde es langweilig. Es interessiert mich wirklich maximal 0, gar nichts. Aber es gibt Leute, die das Pokémon mögen. Und ja, da kann ich verstehen, wenn du jahrelang darauf wartest, dass ein Pokémon, wo du echt denkst, ey, es wäre so cool, wenn es eine Entwicklung hätte, weil, sind wir ganz ehrlich, also Dummiesel hätte ja ein cooles Design bekommen können. Das ist ja so ein Schlangendrachen-Pokémon eigentlich. Hätte was Cooles rauskommen können. Und du wartest da ewig und lange und 3000 Jahre drauf. Und am Ende kommt das, weil die Macher sich gedacht haben, funny, ihr könnt uns mal fett am Arsch schlecken, als ob was Interessantes machen. Ja, dann wäre ich auch enttäuscht, einfach sauer. Weil ganz ehrlich, das muss eines der absolut dümmsten Designs sein. Generell auch der dümmsten Entwicklung, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also auch, wenn ich dieses Pokémon nicht mag und es mir einfach egal ist, kann ich verstehen, warum Leute es abzutasten. Und ganz ehrlich, ich würde es genauso tun. Und zum Schluss hätten wir einmal ein Pokémon, wo ich zu 100% weiß, dass mir da genug Leute widersprechen, weil es schon oft genug passiert ist. Und ich weiß, es gefällt den Leuten nicht. Aber oh mein Gott, hasse ich die Entwicklungsreihe von Dratini zu Dragonier zu Dragoran. Nicht Dratini zu Dragonier. Ich finde, das sind zwei absolut fantastische Pokémon. Ich finde gerade Dragonier wirklich absolut wunderschön. Das ist ein richtig, richtig cooles Pokémon. Riesenfan. Aber ich finde Dragoran einfach scheiße. Ich sage es jetzt, ich finde, Dragoran ist ein hässliches Pokémon. Das ist ein riesiger, fetter, hässlicher Drache. Das ist einfach Tabaluga, okay? In grün ist der einfach Kraid aus fucking Metroid. Ich finde den furchtbar. Der passt null in diese Reihe rein. Nichts an diesem Design. Hat irgendetwas mit Dratini und Dragonier zu tun. Ich weiß, es gibt diese komische Theorie, dass irgendwie Karpador zu Dragoran werden sollte. Oder irgendwie sowas. Was keinen Sinn macht tatsächlich. Weil die ganze Story ist ja wirklich so, der Karpfen geht hoch und wird halt zum Drachen. Und ich weiß, es ist dann gleich Dragoran. Aber das passt halt nicht dazu. Weil, so viel ich weiß, ist der Drache eigentlich auch so ein Schlangendrache wie Garados. Und selbst wenn nicht, ganz ehrlich, Garados passt auch nicht zu Dratini und Dragonier, okay? Selbst wenn da jetzt irgendwas anderes kommt. Es passt einfach nicht. Aber auch Dragoran, es passt einfach wirklich null. Warum ist der gelb? Warum ist der nicht blau? Warum hat der plötzlich so eine ganz andere Form? Warum ist das plötzlich so ein ganz normaler Drachen, wie man halt quasi so ein bisschen halt kennt? Wo es vorher halt so chinesischer Schlangendrache eigentlich war. Und ich, ey, nichts an diesem Pokémon finde ich geil. Wirklich, es gibt genug Leute, die halt feiern wegen dem Anime. Aber ich konnte ihn auch damals nicht ernst nehmen, weil ich das Design aber extrem dämlich finde. Also sorry, Leute. Ich finde Dragoran ist wirklich ein echt beschissenes Pokémon. Aber ja, das waren immer weitere 5 Pokémon-Entwicklungen, die in meinen Augen wirklich enttäuschend sind. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, welche Pokémon-Entwicklung ihr noch enttäuschend findet. Und dann gibt es bestimmt sogar noch einen dritten Part. Aber ich hoffe, dass es dir gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und noch ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Und tschüss.